hallo und herzlich willkommen zu einem neuten video beziehungsweise überhaupt endlich mal zu einem video auf meinem kanal das schon wieder eine weile her fast seit monat oder so dass das letzte video kam und das letzte video war glaube ich minecraft gut aber deshalb oder kurz gesagt darum geht es heute gar nicht sondern es geht einfach darum dass ich euch sagen möchte was wird sich ja auf diesem kanal ändern und auch was könnt ihr euch in zukunft freuen zum einen es wird in zukunft ein anderer konnten hier herrschen also was heißt ein anderer es wird hier weiter hauptsächlich um gaming gehen wir werden aber in zukunft so was wie reactions machen wie logs und andere dinge also es soll hier nicht nur noch um gaming gehen der name der bleibt derselbe den habe ich mir seit jahren aufgebaut und es sonst wird sich nicht ändern worüber sich allerdings einiges ändern wird ist dass ich youtube nicht mehr als plattform nutzen möchte wo ich live streamen und zwar weil ich keine vernünftige interaktion sehr also das hat jetzt nicht mit euch usern zu tun beziehungsweise zuschauen sondern das hat damit was zu tun dass ich ein problem damit habe dass die zeitverzögerungen zwischen streamen und user für mich zu groß ist es gibt genügend plattformen wo man streamen kann wo das innerhalb von sekunden schneller alles funktioniert unter anderem twitch die live überlegen smash cast mixer hat sich leider von selbst erledigt auch facebook ist da so eine plattform die sehr weit hinterhängt mit interaktionen oder beziehungsweise mit stream wo ich auch noch nicht weiß was passiert damit was mache ich damit und wird weiterlaufen da ich so oder so sehr sehr wenig auf facebook online bin in der hinsicht aber gerne trotzdem mal ein follower da lassen warum auch nicht ne ja also es wird im endeffekt videos geben es wird stream highlights geben es wird auch den kompletten stream geben aber leider erst immer so circa einen tag später ansonsten seid ihr leider gezwungen die streams in zukunft nur noch auf twitch d live smash cast anzugucken wenn das nicht wollt kann ich es nicht ändern aber ich denke mal inzwischen sollte jeder von euch ein twitch account besitzen und wer denn unbedingt meine stream trotzdem sehen möchte die werden auch in voller länge natürlich nach oben geladen zu facebook zu youtube und wir werden die zirka einen tag später dann im endeffekt hier sehen können jetzt hoffe ich mal ich habe nicht so weit um den heißen brei rum gelabert und muss sagen sobald mein rechner wieder ganzes beziehungsweise sobald mein neuer rechner da ist so ich hoffe ab ersten achten werden regelmäßig beziehungsweise täglich streams kommen auf twitch ich hoffe ihr seid nicht sehr traurig über meine entscheidung und ich wünsche euch einen angenehmen abend einen angenehmen tag und sagt wie immer bye bye ciao ciao ich bin dann mal raus so so Vielen Dank.